Da wieder ein Fackel Könnt man vielleicht sogar noch Jetzt würde ich hier hin Ich will jetzt auch nicht so groß bauen Toll Schön Ich will jetzt auch nicht so groß bauen Aber Na toll Brech mir da überall durch Einrichtungstechnisch Weiß ich auch noch nicht, was wir da rein machen Wir bräuchten hier ein bisschen Wiese, ein bisschen Gras, ein bisschen Blümelis Gab es das damals schon? Warte, man kann doch glaube ich in den derzeitigen Versionen Mit irgendeiner Bewuchtsamkeitsspitzacke doch Also wirklich Grasblöcke Haben Geht das auch schon hier? Kann man verzaubern hier? Ich hoffe Worum er das jetzt ist Waren wir hier schon? Ah ja Weißer kann ja auch sein, dass hier irgendwie Sich jemand drauf gehackt hat Irgendeinen Spieler Und dann hier irgendwie Veranstaltet Was ja nicht passieren kann Weil wir sind ja nicht auf keinen Server Sind der ja immer noch local Zum Glück Zum Glück So, tun wir hier noch eine Fackel hin Hier ein bisschen Eisen Wir bräuchten noch mal eine Werkbank So Zack Da können wir dann eine schöne Truhe Wie viel kriegt man raus? Okay, eine Eine oder zwei Machen wir zwei Machen wir gleich eine Doppelkiste Eine Döbelkiste So Bauen wir hier Zack, zack Oh Oh, oh Wie schön Hoi, oi So, zack, zack Zack Hier noch ein bisschen Ja gut, da Nimm mal ein bisschen weiter mit So So Zack So Pfeile und so Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht Pilz Sollen wir damit machen Pilzzuppe oder was So sehe ich aus So, einmal könnte man mitnehmen Mh Hier ist doch schon mal Eine Es regnet schon wieder, oder? Ist doch schon mal eine nette Eine nette Geschichte hier für den Anfang Ein bisschen hier Hoi, hoi, hoi Die Decke könnten wir vielleicht noch ein bisschen höher machen Äh, muss jetzt aber nicht unbedingt sein Na ja Dann bauen wir hier die Kohle ab Hier das Eis Und dann können wir hier unten Eine schöne Basis aufbauen Können? Weiß ich gar nicht Können Trichter nach oben transportieren? Ich glaube doch nur seitlich und runter Gab es hier überhaupt schon Trichter? Weiß ich alles gar nicht Gar nicht und gar nicht mehr Ist alles schon viel zu lange her Was ist das? Feuer Licht Feuerlicht Feuerlicht Ah, Endstation So, dann nehmen wir hier ein bisschen Eisen mit Das Gute ist natürlich jetzt auch Ihr bekommt mal Folgen in einer richtig guten Qualität Weil ich stream gerade nicht Ich nehme direkt auf Auf Platte direkt hier Zack Ohne Live sein Äh, diesmal mit Full HD und 60 Frames Statt nur HD Und 50 Frames Ist doch auch mal was Nettes Kann aber auch sein, dass es dann beim nächsten Mal wieder komplett anders ist Dass ich da dann vielleicht wieder streamen, während ich auf Ne, andersrum Dass ich aufnehme, während ich streame Und Dann habt ihr halt wieder so ein bisschen Äh Warum brauche ich das eigentlich zu? Keine Ahnung Dann habt ihr halt wieder da ein bisschen Schle Schlechtere Qualität Moment Wo bin ich hier? Warte, jetzt muss ich aber Jetzt bin ich aber Jetzt bin ich aber mal neugierig Warte Jetzt bin ich mal wirklich Oh, 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 oh Moment Moment Einerseits Warum steht hier ein Hund drin? Andererseits Da drüben ist Lava Ich möchte hier nicht runtergeschossen werden Auch nicht von dir, Hund Gell, schön Lassen, lassen Mich schön lassen Darüber wäre ich sehr dankbar Wo kommen wir denn hier raus? So Oh Aber jetzt hört mal Weiter, ich mach das mal ganz kurz anders So schön auch die Musik ist Ich kann die jetzt nicht gebrauchen Oh no Hälfte ist rollig Ja, komm Wir springen hinterher So, wo sind wir denn hier? Schweine Warte Sieht man hier von hier irgendwo unser Haus? Weiß ich gar nicht Kann ich nicht genau sagen Ich glaub hier drüben, oder? Warte, ich muss mal Auf eine Anhöhung gehen Auf eine Erhöhung Aha, aha Warte Ah, da ist unser Haus Okay, sind wir ja gar nicht so weit Weg Können wir theoretisch hier auch Irgendwie den Eingang bauen Ein Zuckerrohr können wir gebrauchen War das damals noch Damals war es noch Zuckerrohr Heutzutage ist noch Schilf, oder? Oder ne, man sagt da Ich glaub ich hab ja Ich hab Ja, sicher Allee, bei Hergesangtsverein Ich glaub er ihn hackt Ich hab ihn verarschen Jetzt kommt ja nichts mehr Toll Ah Stelle hab ich auch nicht mehr Lass mich Hier mal durch Achso, da unten ist das Schwein Ganz vorsichtig Ich will ja nicht fallen Na Ahem Ich müsste ganz kurz In die Steuerung Ja, ja, ja Gibt's hier irgendwo ne Tast, wo alt ist Weil das Ding Gott, oh Gott Weißt du Spieler Auflisten Was ist denn überhaupt Hier dieses alt Ding Die So Ähm Fertig Ne, ist immer noch Boah, was war denn das Damals Diese komische Alt-Taste da So So ein Müll Braucht man von vorne bis hinten Nicht Wo kam er nicht her Schon verlaufen Schon verloren Gut, ja So Die nervt aber Diese komische Alter Warte, jetzt Ne, immer noch Ich glaub die reiß ich raus Demnächst Sicher Sicher Sackgasse Ja Da kommen wir wieder zur Schlucht Sehr schön Da hinten liegen immer noch unsere XP-Pünkte Die ist Gut, dann gehen wir halt hier lang Ist mir auch egal Ach, sind wir wieder richtig Gut, dann gehen wir halt hier runter Ist mir auch Ja, macht Mh, enden wir wieder runter Vor allem Ich bemerk gerade Ich verspreche mich die ganze Zeit Gell Ich hab schon lang Wirklich sehr lange Wochen lang Keine Folge aufgenommen Und so weiter Und so fort Das Das merkt man einfach Das merkt man einfach Das ist praktisch Wie wenn man Lernen würde Wo ist denn das jetzt Achso, okay Mit dem Geist gelaufen Wie immer So Hier erstmal das Wasser mitnehmen Darf man natürlich nicht verschwenden Gell Dem Wegwasser Wer weiß, was jetzt hier angeschwemmt kommt Wenn hier kein Wasser mehr fließt Endlich erstmal Gott, oh Gott Gut Da gehen wir schon mal nicht lang Ach stimmt Damals war ja das Wasser noch so blöd Ich erinnere mich Ist echt ne tolle Schlucht Kommen wir hier wieder raus Oh man Beide haben wir ne Leiter dabei Ne, haben wir nicht Auch keine Werkbank Dann machen wir uns kurz eine So Zack, 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 zack Drei Leiter Okay, damals war man sogar noch spendabel Hätte ich ja jetzt fast nicht gedacht Warte Wir schwimmen mal ganz kurz zum Eingang Ganz kurz Gib mir drei Sekunden Oh, warte So Gib mir Nein Wir nehmen die Erde Gib mir drei Sekunden Oder auch acht Je nachdem Kann sich nur noch um Jahre handeln So, hallo Oh Gott Schnell wieder runter Oder? Nee, weiß was Mich nervt der Regen Ich geh jetzt mal schlafen Ähm Ich geh mal schlafen Bis ich hierhin komme Ist der Berg weggesprengt Oh, Skelett Achtung Oh Oh Gott Mein Gott Wow, vorbeikraft Der Ice 4-7 Noch ein Horror-Game Mein armes Herz Ist aber schnell Weißt du Läuft da ganz Gechillt irgendwo rum Und dann Kommt auf einmal so ein Ender Fliegt Heini da Um die Ecke geportet Oh Oh Schafft er das? Schafft er das? Schafft er das? Ja, ja Wo ist der hier? Okay, schade Haben wir einen Knochen? Oh geil Wir haben drei Knochen Da könnten wir schon mal versuchen Den Hund zu tamen, gell? Mal schauen, ob das geht Ich hoffe Aber mit drei Knochen Weiß ich nicht Vielleicht ein genügsamer Wo ist der Kakteen? Vielleicht ein genügsamer Hund Der sich mit drei Knochen Zufrieden gibt, aber Kann ich ja jetzt noch nicht glauben Ist das noch eine Schlucht? Gehört mir den Schluchten Was habe ich denn schon wieder Hier für eine Region ausgesucht? Alles voller Schluchten Geht einmal gar nicht Ist die? So Hey, noch eine Komm her, Schwein Dadam, 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 dadam Ja, hallo Ich will nichts im Chat stehen sehen Von wegen Tierleben Veganer Zum besten Das ist erstens ein Game Und ja, auch wenn mir die Tiere leid tun Wir brauchen hier schließlich was zum Essen Ein bisschen Fleisch hier Warte, Hund Mission Hund Wo ist Hund? Hund? Hier war vorhin Hund Kein Hund Nix Hund Da Hund? Ne, da ist ein Kürbis Können wir auch mal betreiben, gell? Feldpflege La, 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 la Ja, wo ist denn jetzt ein Hund? Ja, wo ist denn jetzt ein Da ist ein Schwein? Ne, das kann man nicht Ne, kann man nicht Ich habe gerade nochmal drüber überlegt Aber ne Hä? Aha, da ist die Schweinlagune Wo ist denn jetzt so ein Hund? Hallo Oh, Lichtpack Na gut Hund Ah, das ist ein Kuh Kuh, aber nährt Hund Moment, was brauchen denn nochmal die Kühe? Um die vermehren zu können Ne, die Kürbis brauchen die nicht Die nehme ich jetzt mal mit Herzlichen Dank Da ist auch kein Hund, ne? Ja, auf eine Kuh können die bestimmt verzichten Hups Ja, wo ist denn jetzt so ein Hund? Ich habe doch vorhin hier noch einen Rumrennen sehen Wie viele ist hier noch da? Eine Zwei Okay Da sieht die Wenn es drei gewesen wäre Dann Aber Vorhin war hier doch locker noch ein Noch ein Äh Noch, noch Noch ein Hund Noch ein Hundi Hundi Hä? Aha Holoku Da Da Keine Ahnung Oder ist da ein Hund? Mal schauen Egal Wir schauen mal kurz im Tropengebiet nach Vielleicht rennt da ja irgendein Hund rum Oder eine Katze Die man mit Knochen vollstopfen kann Ah Was sehen meine trüben Augen? Ups Ist ja wie gefundenes Fressen hier Ist ja wie gefundenes Fressen hier A Ja Ich bin Ich bin